Es sieht gut aus für die Bullen. Zumindest mal, was der Markt die letzten Tage hingelegt hat, ist, nachdem es am Anfang noch so ein bisschen zögerlich war, dann doch noch relativ stark entwickelt weitergelaufen. Fangen wir mit dem Dow Jones an auf Tagesbasis. Ja, wunderbarer Anstieg, auch im 4-Stunden-Chart würde man sagen, das passt eigentlich ganz gut. Wenn man ganz genau auf die Details im 5-Minuten-Chart geguckt hat, dann wird man an der einen oder anderen Stelle sagen, wäre da nicht irgendwie. Aber zusammengefasst kann man sagen, naja gut, eigentlich so mehr oder weniger hier war mal eine Pause, hier war mal eine einigermaßen Pause und jetzt das. Also das sind die größten Pausen gewesen. Jetzt hier zumindest mal natürlich das Gleiche nochmal auf kleinere Ebene machbar. Das sieht schon fast wieder fünffällig aus. Das wiederum ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, denn früher oder später wird auch natürlich eine Gegenbewegung mal fällig werden und das könnte sogar bald schon sein. Ihr seht das hier an diesen roten Anzeiger da unten. Da sind vier Kästchen, das ist für einen 4-Stunden-Chart. Die letzte Kiste ist fast voll, kurz vor vier. Jeden Moment gibt es Daten nochmal aus Amerika. Da werden wir dann gucken, wie der Markt reagiert. Diese Kerze ist fast fertig. Als Balken ist das für viele ganz schwer zu erkennen, aber wenn ich das auf Kerzenschart stelle, wird manch einer sagen, könnte das nicht eine klassische Wendekerze sein? In dem Fall ein Shootingstar, weil der Kurs von unten kam. Das alleine reicht noch nicht aus, aus meiner Sicht. Aber nachdem wir relativ lang schon unterwegs sind, ich kann das hier nochmal so grob nachzeigen. Zack, hier war eine Pause. Im Kleinen übrigens, 1, 2, 3, 4, 5. Hier war eine Pause. Und jetzt nochmal nach oben. Ich schiebe es nochmal zur Seite. Manch einer erkennt diese fünfwelligen Mechanismen. 1, 2, 3, 4, 5. Auch die dritte Welle. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schiebe es nochmal drüber. Wer es nicht gesehen hat. Ah ja, okay, okay. Also man kann schon erkennen, das ist schon so halbwegs dieses Muster. Wir sind so ziemlich am Ende, also das ist noch nicht gesagt, aber im hinteren Teil einer solchen Bewegung. Und jetzt bekommen wir, ihr seht das hier unten, gleich eine abgeschlossene Kerze. Das ist noch nichts Neues, aber die als Wendekerze durchgehen kann. Nämlich kleiner Körper, relativ kleiner Körper. Egal ob rot oder grün, das ist gar nicht so relevant. Und ein langer Tail, in dem Fall auf der Oberseite. Das heißt, wir haben eine starke Trendbewegung hoch. Wir haben hier eine Wendekerze. Und wenn der Markt hier durchgeht, durch dieses Tief, dann ist das zumindest für viele erstmal ein Short-Signal. Vorsichtig, das ist jetzt kein Short-Signal für den Weltuntergang, sondern das ist ein Short-Signal im Sinne von, diese Bewegung, so schön sie war, alles hat ein Ende, auch der Trend hat zwei, so ungefähr, vorne und hinten eins. Das hintere Ende naht vielleicht jetzt in den nächsten Minuten. Spielt keine Rolle. Also den genauen Wert kann ich euch noch nicht sagen. Ihr seht ja, jetzt kommt er gerade so ein bisschen runter hier im Nachgang. Also es kann jetzt noch sein, wenn das so ungefähr dieser Körper ist, ihr nehmt halt den tiefsten Punkt dieser Kerze als eine Orientierung für diese Wendemarke, für einen möglichen Short-Einstieg. Ja, und es kann sein, dass es jetzt in den nächsten Minuten noch weiterfällt ein bisschen oder wieder hoch geht. Aber der tiefste Punkt dieser Kerze, noch nicht, denn noch ist sie nicht abgeschlossen, aber sobald die fertig ist, sprich, sobald hier irgendwie was Neues auftaucht, da gilt das Ganze dann als ein möglicher Wendeanzeiger. Nehmen wir mal an, die Kerze fällt jetzt vor Ende schon bis hier runter, dann ist es natürlich nicht so toll, weil der Körper sollte möglichst klein sein im Verhältnis zu dem Tail auf der Oberseite. Und dann ist das ein echter Wendeanzeiger, der zumindest für eine Weile hält. Wir hatten hier zum Beispiel eine auf der Unterseite, in dem Fall Kurs kam von oben und ihr seht, der Kurs ist erst mal nach oben gegangen. Die Frage allerdings ist, wie weit? Kann man das ungefähr abschätzen? Und dafür gibt es natürlich eine Idee mit Fibonacci beispielsweise. Wir haben ja gesagt, wenn das hier so ein schöner Fünffäller ist, dann müsste es eigentlich anschließend ja in eine Korrektur gehen. Wann auch immer anschließend ist, aber er sagt, vielleicht jetzt dann schon, so eine Korrektur geht gerne mal zumindest tiefster Punkt gemessen, höchster Punkt gemessen, in unsere blaue Kiste rein, nämlich die geht von 38, 20, 50, 61, 8. Ihr seht, ich zeichne das nicht millimetergenau. Ich zeichne das immer so ein bisschen im groben Umfeld dieses Bereiches. Sollte der Rücksetzer gehen? Wenn es jetzt ein richtig bärischer Markt sein sollte, für die Profis unter euch, stellt euch vor, das ist hier eine ABC-Seitwärts-Korrektur und wir verfolgen jetzt den Trend. Ist nicht auszuschließen. Aber dann geht es sowieso runter. Und zwar mit Fahrt. Das ist erstmal unkritisch. Die andere Variante ist, nee, nee, das hast du falsch aufgefasst. Das ist Korrektur. Das ist die letzte Abwärtsbewegung. Also vorher ging es schon runter. Jetzt hat hier was ganz Neues angefangen. Und das Angefangene ist eben der erste Impuls von irgendwas. Dann kriegen wir jetzt erstmal eine Korrektur in diesen Bereich rein. Und danach Long-Einstiege für die Aufwärtsseite. Also ihr seht, es spielt eigentlich gar nicht die ganz große Rolle, ob ihr jetzt ein Bär seid und sagt, endlich ist dieser blöde Anstieg vorbei. Müsste es in diese Zone irgendwie runtergehen und sogar noch tiefer. Aber selbst wenn ihr bullisch seid, ist die Chance nach diesem Anstieg nicht unrealistisch, dass wir zumindest mal in eine Pause kommen. Das ist jetzt kein Versprechen, dass das passiert, aber dass wir da reinfallen, wäre jetzt wirklich kein Drama. Und wenn es schön korrektiv ist, wie ich es angedeutet habe, böte sich ja sogar die Chance, dass nachher, wenn wir das Zwischenhoch hier wieder triggern, das Ganze nochmal in die entsprechenden Höhe geht. Und das wäre zumindest vorläufig erstmal ein wirklich bullisches Zeichen. Denn das Ziel hier, und das Ziel haben wir bekommen aus der 1 zu 1 Projektion, das nicht untypisch wäre in so einem Fall, das würde uns sogar nochmal wieder in diese alten Hochs hier reinbringen. Und da müssen wir es vielleicht doch nochmal überdenken, wie wir mit der ganzen Geschichte, auch mit den Überschneidungen umgehen. Da graut mir ein bisschen davor, weil das wird dann irgendwie mühsam. Aber wir haben es schon mal angedeutet, unter Umständen ist es halt doch, dass das halt ein Ending ist und eben nochmal ein bisschen höher geht. Und dafür würde einiges dann sprechen, wenn das korrektiv geht. Also, was können wir jetzt zusammengefasst aus diesen ganzen Sachen mitnehmen? Punkt 1 ist, wir beobachten in den nächsten Minuten mal, wie diese Kerze aussieht. Bleibt die ungefähr so, schick ist noch ein bisschen pinnöckig hier unten, ist okay, aber wenn der Körper noch ein bisschen rot hier runter geht, wäre jetzt schön, dann hätten wir das so ein bisschen aufgeräumter. Dann wäre die Erwartungshaltung, dass wir zumindest mal realistische Chancen haben, irgendwie Richtung 34.800, 700, 600, vielleicht sogar 500 zu gehen. Geht das senkrecht steil für die bärische Idee umso besser? Im schlimmsten Fall geht es halt erstmal so, das muss man dann überlegen, ob man das handeln mag oder eben nur Teilstücke. Dass man sagt, komm, das handel ich, dann gehe ich wieder raus, wenn da die Gegenbewegung kommt, weil ich ganz eng Stopp hinterher ziehe, dann geht es hier wieder weiter. Das muss jeder selber wissen, wie aktiv er sein kann. Intraday-Freunde werden natürlich sagen, ja klar, nehme ich jeder Einzelne dieser Ebenen mit. Die etwas langweiligeren unter euch und damit meine ich keine Personalität, sondern eben, oder Persönlichkeit, sondern meine ich von der Handlungs- oder von der Handelsgeschwindigkeit, die werden dann vielleicht sagen, naja, da muss ich ja nicht jedes Mal wieder rausgehen. Ich ziehe einfach den Stopp grob hinterher und gucke dann, dass ich diese Bewegung bis in diese Kiste mitnehme. Halte ich also für sehr interessant. Merkt euch das Tief dieser Kerze, das ist ein möglicher Einstieg. Eine Variante daraus wäre, dass ihr hier mal guckt, ob ihr hier was Schnelles runter habt, was Wackeliges hoch. Auch das wären hier im 5 Minuten, 15 Minuten Chart, Indikatoren oder Indikationen im eigentlichen Sinne, dafür, dass die Bewegung vorläufig erst nochmal nach unten geht und wir eine nicht unrealistische Chance haben, dass der Kurs da erst nochmal Pause macht, bis in die genannten Bereiche, die ich da eben eingezeichnet und aber auch eben genannt habe. Also, ist es zwingend, dass der Kurs runter geht? Nein, ist es nicht. Die Chance, aber wenn er hier das Ganze triggert, entweder auf diese Art und Weise oder auf diesem Tief hier, also die Kerze nach wie vor nachher so aussieht, dann ist die Chance dafür relativ groß. Wird die Kerze in den nächsten 3 Minuten komplett grün? Dann natürlich nicht. Dann ändert sich nichts an der Idee, nur verschiebt sich der Zeitpunkt dann halt auf ein späteres Hoch. Also, nehmen wir mal an, die geht jetzt noch bis zum Schluss hier irgendwie nach oben, sodass es gar nicht nach einem Shootingstar aussieht. Also, so eine Wendekerze. Naja, dann ändert sich nicht die Idee grundsätzlich, aber dann müssen wir halt auch einen späteren Zeitpunkt warten und passen vom tiefsten zum dann höchsten Punkt die Zeichnung an. Wie sieht es beim S&P aus? Ist das da ähnlich? Ja und Nein. Also, ich tue mich immer noch so ein bisschen schwer. Der hintere Teil, das gefällt mir gut. Hier war Pause, zack, hier war irgendwie Pause, zack. Das ist ja nach wie vor auch so dieses Fünffällige, so halbwegs angedeutet. Viel anders kann man es ja fast nicht auffassen. Der vordere Teil macht mir so ein bisschen Sorge. Was wollte das denn? Aber, wir sehen das hier nochmal auf Tagesbasis. Seht ihr den Trendkanal? Das wäre, also wenn der Kurs hier gedreht hätte, da hätte er alle Chancen gehabt. Da hatten wir mehrere Fibomarken. Die gelbe ist quasi die Projektions-, quasi die Trendlinienmarke sozusagen nochmal als Fibo dargestellt oder Projektion nochmal dargestellt. Da hätten die Marktteilnehmer sagen können, wisst ihr was, Faxen dicke, jetzt geht es runter. Haben sie aber nicht. Das ist ein deutliches Zeichen. Das heißt auch der S&P präsentiert sich stark. Ich gehe also im Moment eigentlich, jetzt habe ich die ganze Zeit von Schwäche gesprochen, ja, das ist noch eine Zeitebene kleiner, aber eigentlich gehe ich aktuell eher davon aus, dass wir vorläufig noch eine Chance auf Stärke haben. Also das ist zum Beispiel beim Dow, ich gehe nochmal einmal zurück, eben tatsächlich nach dieser Geschichte nur korrektiv runterkommt. Nur wenn es steil ist, dann halt nicht. Aber solange es korrektiv in die Kiste reinläuft, ist doch alles in Ordnung. Und würde das mit dem S&P durchaus passen. Leider haben wir das hier umkehrkerzenmäßig nicht ganz so hübsch aktuell. Das kann sich also noch ein bisschen hinziehen. Kann also sein, dass er dann doch noch ein paar Stunden oder zumindest eine Weile steigt, um danach erst das Prozedere zu machen. Aber das grundsätzliche Bild ist hier im Wesentlichen das Gleiche. Wenn es korrektiv runtergeht, sind das eher Einkaufsgelegenheiten. Achtet halt darauf, ob die Bewegung eben wackelig oder dreiwellig runtergeht, so wie ich das hier beim Nasdaq auch schon so halbwegs vorbereitet habe. Hier könnt ihr, wenn ich das nochmal fein zeichne mit den Linien, dann seht ihr, das, was der S&P schon geleistet hat, dass er da drüber hinaus ist, über diese Linie, wo man sagt, ah, guck mal, der will doch bullisch. Das hat der Nasdaq noch vor sich. Die Nasdaqianer, die Händler hier, die müssen jetzt beweisen, ob sie diese Marke wirklich durchstoßen und dann jetzt wirklich mit Schwung weitergehen oder ob sie sagen, ach, komm, wisst ihr, dass wir trauen dem Braten nicht. Ich nehme mal Gewinne mit oder ich shorte mal. Und dann hängt es davon ab, wackelt es runter, okay, oder schießt es runter und wackelt hoch. Okay. Denkt aber dran, die starken Seiten handeln, die wackeligen Seiten. Also wenn ihr eine starke Seite habt und eine hin- und her-Seite habt, dann ist das vermutlich die falsche Seite und die starke Seite eher die richtige. Blöd ist es, wenn ihr auf beiden Seiten stark habt, wie hier, da kann ich leider dann nichts anfangen mit. Da muss ich dann irgendwie mit anderen Behelfsmitteln versuchen, irgendwie einen Trade zu initiieren. Aber wenn ich diese klare Unterscheidung habe, sehr häufig habe ich die, ist das ein gutes Zeichen. Und es kann sogar sein, dass das später nochmal relevant wird, nämlich wenn der Kurs dann hier hingeht oder massiv irgendwie sowas zeigt, dann weiß ich, ah, guck mal, hattest du das nicht gesagt? Übergeordnet. Nochmal eine realistische Chance, dass er sogar erst runter geht und danach nochmal hoch. Also ihr seht, diese beiden Varianten, die stehen noch beide im Raum. Entweder hier nochmal runter oder doch nochmal erst hoch. Das lässt sich hier jetzt schlecht entscheiden. Also finde ich zumindest mal nicht ganz einsichtig. Ich könnte das jetzt stundenlang argumentieren, warum ich da unbedingt recht habe, aber töne an den Füßen sage ich da nur. Deshalb lasse ich mich da eher überzeugen von dem, was die Marktteilnehmer hier im nächsten Teil machen. Im Moment sind sie ja noch bullisch. Also es gibt noch keinen Grund, jetzt auf Panik zu schieben. Sowas erst recht bleibt bei dem bullischen Bild. Sowas nicht gut. Sowas klasse, aber dann inzwischen auf der Short-Seite. Ja, also wenn er dann bricht hier, diese Marke. Also ihr seht, das Ganze ist noch gar nicht so sehr bärisch angekommen. Auch beim DAX hier, beim Index jetzt in dem Fall, sieht die Situation ähnlich aus wie beim Nasdaq. Wir haben die Oberseite des Kanals hier erreicht. Es ist also sehr realistisch, dass die Marktteilnehmer auch hier jetzt vor die Prüfung gestellt werden. Interessanterweise, ich blende jetzt mal den DAX Future ein, dann seht ihr, der ist schon so halbwegs raus. Noch nicht so richtig begeistert. Da haben sie noch ein bisschen überschossen und dann doch wieder gedreht. Also wir sind da noch so an der Entscheidung dran. Wir sehen also, Nasdaq steht vor der Entscheidung, DAX steht vor der Entscheidung, nochmal runter zu kommen. Dow steht vor der Entscheidung. Also best guess ist es, davon auszugehen, wenn die Marktteilnehmer anfangen, hier korrektive Rücksetzer Verkäufe zu nutzen, impulsive Rücksetzer dafür zu sorgen, dass man auf der Short-Seite sich engagiert. Man muss ja nicht gleich alle Long-Positionen schließen, das machen wir auch nicht. Aber im DAX dann zum Beispiel oder im Nasdaq, wenn man sich da engagiert, ist es durchaus interessant. Und das federt das Portfolio ja auch gegebenenfalls ein bisschen ab. Also das ist der kurze Überblick. Im langfristigen gibt es jetzt nichts wirklich Neues, da jetzt nochmal drauf einzugehen. Ich glaube, das spare ich mir. Das langweilt euch ja auch. Das werden wir sicherlich nach dem Wochenende wieder tun. Und damit bin ich schon bei der Ankündigung. Falls ihr euch schon jetzt freut, auf das Video von morgen, um zu sehen, ob das richtig oder falsch war. Leider bin ich morgen unterwegs und deshalb nicht in der Lage, ein Video dazu zu machen. Deshalb seht mir das nach. Das nächste Video dieser Art gibt es dann erst ab Montag wieder. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und eine erfolgreiche Handelszeit.